Gut. Dreimal schwarzer Hund. Zehner. Jax, Jax. Nochmal drei. Komm schon, jetzt aber noch was. Jax, Jax, Jax. Klopf alles weg. Mach sie alle auf, verdammt. Komm schon. Queens, Jax, Jax, Jax. Die Jax retten heute mein Leben. Noch ein Klotz ist offen. Hast du, jawohl. Jawohl, jawohl. Wir sind drin heute. Komm schon. Next round. Next round. Jetzt aber 500. Komm schon, Mitty. Dein Wort in Gottes Horn, Bro. Minimum 500 nehmen wir mit, hoffentlich. Der Multiplikator ist hoch. Geht's hier noch weiter. Letzter Spin. Neuner Asse. Sehr schön. Weiter geht's. Weiter geht's. Fünf Asse haben wir hier schon mal. Ein Leben wird aufgefüllt und wir machen noch ein bisschen Vorsprung hier. Noch ein Asse-Kombi. Jawohl. Und wir haben nochmal zwei Spins. Und die Jax. Geil. Der Multi geht hoch. Der Multi geht hoch. Geil. Direkt auf X5. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt noch eine schöne Kombi, Leute. Zwei Leben haben wir noch. Eine schöne Kombi. Komm schon. Gönn mal. Gönn mal. Jax. Mann. Letzter Spin. Katze. 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 Das war mal richtig gut hier. Das war mal richtig gut. 160 hier abgeräumt. 260 haben wir mitgenommen insgesamt. Und es geht noch weiter. Es hat noch nicht aufgehört. Wir haben noch ein Wild-Orakel hier. Wow. Lass die Wilds rein scheppern. Komm schon. Zweite Walze. Sehr geil. Na, Katze. Katze. War auch wieder nur drei. Egal. Nehmen wir mit. Wir sind auf X5 Multi. Richtig krank. Richtig krank. Geiler Scheiß. Wow. Wow. Was hat denn der alles verbunden? Was hat denn der alles verbunden? 336 Euro ist hier nochmal. Mitty. Wir haben die 500 geknackt. 595 haben wir schon mitgenommen bislang. Na, komm schon. Das war's. 595 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.